Also, ich habe in diesem Internet gepostet, dass mich jeder besuchen darf auf meiner privaten Facebook-Seite. Und dann kam Markus vorbei. Mit Markus habe ich früher beim Fernsehen zusammengearbeitet. Das ist auch wunderbar. Ja. Und der ist Kameramann und der hat gerade ein Projekt. Wie geht das Projekt, Markus? Irgendwie natürlich auch noch eine Tasse. Du kriegst eine Tasse her. Darfst du auch im Bild sein? Oh ja, du darfst im Bild sein. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ich habe die Nummer dabei, du willst? Mhm. Und wo kann man den fertigen Film heranfassen? Wie kann man den fertigen Film heranfassen? Ja. 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 Die gibt es bei YouTube irgendwie in meinem Channel. Oh, bitte. Jetzt sehe ich es in der Kamera hier? Aber in dieser oder in der? Wie mache ich das? So, jetzt nochmal überlegen. Nicht, das stimmt, ich mache jetzt nicht mehr stoppen. Magst du einen Kaffee machen gerade, weil dann unterbreche ich das kurz? Nein, das passt zu Ihnen. Versuchen wir noch am Licht. So geht's, das sieht man auch noch. Film ist immer wieder Neuproben. Kopf abgeschnitten. Das ist ein ziemlich guter Kaffee, den du hier hast. Und Licht ist auch angegangen. Sensationell. Tolle Idee. Gefällt mir. Dürfen wir den Film dann abposten bei der Abentscheidung? Na sicher.